also wir sind jetzt auf der an der startaufstellung wo jetzt die leute immer nacheinander reingeholt werden ich bin der nächste genau heute mit der taktik dreieinhalb tausend drehungen ihr merkt schon ich bin richtig nervös deswegen ja den parkour habe ich so weit im kopf aber ich bin natürlich noch nicht gefahren deswegen weiß ich nicht wie sich manche kehrtwenden so machen kann ich schlecht einschätzen deswegen ein bisschen tricky aber das kriegen wir schon irgendwie hin ja ich weiß gerade noch nicht genau was sie warten ich gehe mal davon aus dass sie gerade ihre das war übrigens richard echt ein cooler dude der geht richtig ab leute ich kann es euch sagen der hat richtig bock auf jeden fall ich denke die werden gerade ihre assistenten ausgewechselt haben deswegen so hier sind wir jetzt auf dem warm-up platz das bedeutet hier können wir tatsächlich uns vorbereiten ein bisschen törns üben ja links von mir jetzt hier ist der zweite platz rechts der dritte platz also wir rücken hier in einer fina q einfach auf zu beginn versuche ich die reifen ein bisschen warm zu machen ja also der warm-up platz der ist jetzt nicht so geil muss man dazu sagen aber ist okay so ich gucke noch mal ob soweit alles passt das müsste so passen so ich rücke jetzt nach auf den dritten platz so ich gebe jetzt den bremsen noch mal kurz ein bisschen zeit ein wenig abzukühlen weil ich habe auf keinen fall bock dass sie mir nachher überhitzen so jetzt sind wir auch schon dran mal schauen wie muss hinkriegen wenn der kollege mir das zeichen gibt dann geht es auch schon los so und los geht es erste wendung zweite wendung so jetzt kommt hier der tricky part so einmal über die linie so die hütchen sind tatsächlich etwas eng gestellt da muss man richtig arbeiten so 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 So, dahin hier kommt eine Spitzkehrein, einmal rum ums Eck. So, das ist ein bisschen tricky hier. So, das ist alles. So, das war es auch schon. Ihr habt gemerkt, ich habe tatsächlich nicht so viel gesprochen. Deswegen, ich glaube, die haben ein paar technische Probleme. Von daher. Aber das war es auch schon, der ganze Zauber also. Von daher, ich hoffe, das hat soweit alles geklappt. Mit der Aufnahme. Der Parcours war wirklich gut machbar. Aber man braucht tatsächlich ein bisschen Skill dazu. Also, ich betitle es jetzt mal nicht als ohne. Also, was ich bei der ganzen Sache noch sagen muss. Ich habe tatsächlich ein bisschen Probleme gehabt mit den 360 Grad Drehungen. Oder mit den über 90 Grad Drehungen. Das fällt mir noch ein bisschen schwer. Da ich noch nicht so eine gute Technik. Ja, aber ansonsten, ich bin zufrieden. Bin jetzt nicht hingefallen. Hatte jetzt nicht große Probleme. Von daher, soweit alles gut. Ich denke, ich werde noch ein paar Kameraaufnahmen machen. Dann den Kollegen aushelfen. Und dann geht es heute Mittag nochmal in die zweite Runde. Und dann geht es heute wieder. Ja, es war richtig.